Dünni, welcome back. Zu unserem kleinen, aber gemütlichen Austausch. Wir fangen jetzt schon an zu lachen, weil du mich vorher damit aufgezogen hast. Ist okay, ist okay, aber das muss sein. Wir sind im Ferienmodus. Wir sind im Ferienmodus. Wir sagen es gleich von vornherein. Wir machen eine kleine Mini-Sommerpause. Mini. Die Ferien werden wir nicht, also Dünni und ich quatschen schon, aber ihr seid diesmal nicht mit dabei. Diesmal nur wir zwei. Ich bin voll im Ferienmodus. Ich weiß auch gar nicht, weil ich die sechs Wochen Sommerferien mache. Ja, ist halt hart. Du bist jetzt in so einem leerer Universum angekommen. Jetzt solltest du dir halt auch mal die Sommerferien gönnen. Die verregnet und tenderes war. Ja, finde ich gut. Ja, finde ich gut. Aber auf jeden Fall das machen wir jetzt. Aber keine Bange, es läuft hier genug Podcast-Kram und so. Da kommen wir richtig fresh wieder zurück und lassen es richtig krachen. Dünni ist auch ein bisschen verschnupft. Ein bisschen erkenklich. Deshalb hört er sich so richtig. Also eigentlich hört man sich ja so ein bisschen auch so richtig gut denn immer an. Wenn man so ein bisschen erkennt, dann kommt so diese tiefe Stimme und wenn man dann ins Mikrofon so rangeht, das ist schon... Findest du, Christoph? Ja. Was ist unser Thema heute? Okay, lass uns umswitchen auch. Was sind die besten Gute-Nacht-Geschichten für die Lehrkräfte? Da bin ich wirklich gespannt. Das wäre vielleicht mal eine Podcast-Folge. Wie geht ihr schlafen? Anstatt für die Kids die Gute-Nacht-Geschichten Traumreise für Kinder, Traumreise für Lehrer und Lehrerinnen. Ey, das machen wir. Wir zwei, das bereite ich vor. Nee, wir machen eine Trance-Reise. Wir zwei. Eine Trance-Reise für Lehrer und Lehrerinnen. Ja. Nee, für Lehrer und Unternehmer. Also, das ist ja hier so ein bisschen... Oh, gut, das wird super. Vor allem wir zwei. Das machen wir. Das bereite ich mal vor. Die Trance-Reise. Die Schulgelaber-Trance-Reise. Ich finde, das ist schon mal ein richtiger Einschätzung. Es wird heute ein bisschen sanfter und deshalb das Thema wird auch heute sein, wie man auch ein bisschen entspannen kann. Also, ich weiß nicht, hattet ihr so... Ihr habt doch 100 Pro auch damals. Jetzt als Ein-Mann-Show. Bräuchtet nicht fragen. Aber von damals, da waren doch auch immer wahrscheinlich zum gleichen Zeitpunkt Sommerferien, haben die die Gast gegeben und haben sich den Urlaub gerettet. Die Projekte liegen brach jetzt. Also, gefühlt, nur weil Schule vorbei ist, hat man das Gefühl, dass alles andere auch vorbei ist. Bei uns werden die ganze Straßenzüge, Ortschaften von der Außenwelt abgesperrt, nur weil Ferien sind. Ist so. Das ist eine Hauptverkehrsstraße zu einem Ortsteil. Ist so, er ist jetzt gesperrt für die nächsten sechs Wochen. Okay. Ja, geil. Die müssen dann fliegen oder so. Ja, gab es bei uns auch. Urlaubsphase im Sommer, klar. Und Jahreswechsel. Aber Jahreswechsel ist doch Hei nun, weil sie nochmal Kohle rausballern müssen. Auch, aber auch da muss alles dieses Jahr noch fertig, weil nächstes Jahr gibt es ja nicht mehr. Und Jahresfiele müssen erreicht werden, etc. Ja, genau. Und Urlaubsphase ist ja das Gleiche. Aber da es in Deutschland so viele Ferien gibt und so viel Urlaub, hast du das ja im Grunde genommen ständig. Mit diesen zwei Spitzen. Mit den zwei Spitzen. Ja, ich glaube, in Deutschland gibt es generell schon viel Urlaub und wir Deutschen sag das mal den Brandenburgern. Die wissen überhaupt nicht, wie es Feiertage sind. Deshalb mussten sie sich ja einen eigenen holen. Echt? Ja, die haben sich doch extra noch mal einen gebaut. Echt? Buchstum-Betag ist, glaube ich, gibt es nur in Brandenburg und ist ja nicht noch Frauentag, ist jetzt dann Feiertag? Und nächste Woche schauen wir uns die Statistiken an, wo denn die 100 weniger Follower, wo die herkamen, vom Bundesland Brandenburg. Aus Bayern. Genau. Aus Bayern. Ne, das, das, wisst ihr, das lasse ich mich hier nicht unterstellen, ja, dass ich hier so viele Ferien habe und Urlaub. Ne, 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 ne. Das machen wir nicht. So nicht. So nicht. Also wir sind einen Tag vor den hessischen Ferien. Für ich habe natürlich nächste Woche bin ich noch am Arbeiten. Richtig Stress. Richtig Stress. Boah, ich freue mich hier. Das ist wirklich so toll. Also einerseits, wir hatten heute Projektwochenabschluss und war richtig action. Überall lief Musik, denn jeder will, dass du denn, dass die Gummibärchen selbst gemachten, wir hatten, die Projektwoche hieß, Projektwoche, drei Tage, hieß Fit for Life. Da waren richtig gute Sachen, bei gewesen. Also wirklich gute Sachen bei und natürlich haben die irgendwelche Alltagsprodukte auch hergestellt und hast du nicht gesehen. Der muss halt überall immer hin und ständig, also der muss ich, wenn man, es ist wie Taktor auf einer Tür, da muss ich immer gefühlt ein richtig dickes Portemonnaie haben, weil ich alles kaufen muss. Wie, du kaufst dich, Christoph. Du bist doch der Schulleiter. Ja, ich habe schon 700 Baguettes da hinten gegessen. Ich kann nicht mehr. Oh, willst du nicht noch die 70. Seife? Ja, 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 will ich. Aber ist ja, ist ja cool. Du hast... Musst du durch. Und das ist ja bei mir die stressigste Phase, weil ich ja den Stundenplan machen will in der Zeit für die Kollegen, dass die in die Ferien gehen und ihren Stundenplan schon haben. Und da ist dann immer richtig Action. Und dann ist nächste Woche, ist ja kein Mensch mehr. Also nachher, also nachher, Freitag, morgen, ja, die Kleinen haben nach der Dritten aus, die Großen nach der Zweiten. Bisschen gestaffelt. Und dann weiß ich schon, dass sich wahrscheinlich am Ausgang geklopft wird, wer zuerst verlasst. Ja. Aber die Erwachsenen oder die Kinder, ich übertreibe jetzt mal, ja. Ja, klar. Da sitzen noch nett zusammen. Aber dann ist so, um elf ist so, da kannst du, kennst du das in diesen Western, wenn diese Dinger da umherlaufen? Diese komischen, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Aber das haben wir irgendwann schon mal gehabt. Das haben wir ab elf. Dann gibt es nur noch Sekretariat, Hausmeister und Schulleitung. Und nächste Woche genauso. Er ist okay. Gönne ich jedem. Und deshalb haben wir heute Work-Life-Balance auch so ein bisschen, um noch mehr Entspannung im Alltag zu haben. von uns zwei Menschen, die immer entspannt sind. Reichtigt, absolut. Immer. Also es ist der Wahnsinn. Ja. Ich habe letztens das Feedback bekommen, Chris, das ist schon ein bisschen geil, dass du nicht nur sagst, dass das Glas bei dir voll ist. Nein, es ist randvoll und es läuft über. Ja. Da bin ich ehrlich. Also, darüber sprechen wir. Und natürlich starten wir mit einem Zitat, um mal so ein bisschen Niveau reinzubekommen. Ja, so langsam mal sicher mal. Ja, dick auf. Ja, ja. Da haben wir diesmal das großartige Zitat. Wir sind das, was wir wiederholt tun. Vorzüglichkeit ist daher keine Handlung, sondern eine Gewohnheit. Kein anderer als Aristoteles hat es gesagt. Und wenn der es nicht wissen sollte, dann weiß ich auch nicht. Das ist die Frage an dich. Welche Gewohnheit? Du musst das Zitat nochmal nebenbei lesen, ja? Vorzüglichkeit ist daher keine Handlung, sondern eine Gewohnheit. Ja, Freie Nacht, was du immer tust, macht dich besser. Ah, okay. Ja, da kommt, da will ich mich immer gleich in den ersten zehn Minuten, vorher waren es immer die unvorbereiteten Fragen, von denen ich nichts wusste und jetzt sind es immer Zitate, die ich nicht verstehe. Das ist irgendwie so ein Ding, dass ich mich dumm fühle oder was. Dumm fühlen soll. Und dann soll ich jetzt gleich wieder, jetzt kommt wieder eine geschlossene Frage und ich soll wieder was erzählen, dass meine Gewohnheiten sind oder so. Nee, das mache ich ja nicht. Ich mache ja keine geschlossene. Sie sind abgestellt, oder? Sie sind Vorbereitungen? Nee, deshalb ja. Deshalb die Frage, welche Gewohnheit hast du dir angewöhnt, dass sie zu einer Handlung ist, die dich zu einem besseren, zur Verzüglichkeit geführt hat? Weil um was geht es ja nicht. Und das glaube ich schon. Also die Dinge, die ich täglich tue, zu einer Routine mache, da kann ich mir auch richtig ekelabte Sachen anwenden. Ich könnte mir auch angewöhnen, immer um 20 Uhr vor dem Fernseher eine ganze Tafel Schokolade wegzuballern. Das ist so eine Gewohnheit, aber ob die jetzt so zielführend ist, weiß ich nicht. Kommt immer auf das Ziel drauf an. Was ich verfolgt. Aber weiß ich nicht. Aber hast du eine Handlung, wo du sagen würdest, die hat es in sich? Ich habe mir angewöhnt, Gewohnheiten mir anzugewöhnen. Alter, was eine Antwort. Habe ich nicht verstanden. Kannst du mir das mal erklären? In meinem Kopf war das lustiger. Schneid das bitte nochmal raus. Was für eine Gewohnheit ich mir angewöhnt habe. Och, da gibt es so ein paar. Ich bin gerade aktuell tatsächlich dabei, mir was anzugewöhnen. Ja. Also ich wollte zuerst sagen, klar, Tag, Tagesplanung, Tagplan, Wochenplan. So der Klassiker. Also sich jeden Tag die Frage zu stellen, so hey, was bringt mich heute, diese Woche, meinem Ziel, das ich mir irgendwo aufgeschrieben habe, meiner Vision, die ich mir irgendwo definiert habe, wirklich weiter. Damit man auch wirklich an den Themen arbeitet und nicht nur an den wichtigen, dringenden Sachen, die so von links und rechts vielleicht reinfliegen. Im schlimmsten Fall sind sie weder dringend noch wichtig. Dazu empfehle ich deinen LinkedIn-Post, den packen und drunter zur Eisenhower Matrix. Genau. Das wolltest du schon so ein bisschen, dass wir das nochmal, ja ist okay. Nee, gar nicht. Aber es ist mir natürlich gerade noch frisch, frisch im Gedächtnis. Also planen und dann vor allem in den Sachen arbeiten, die einfach reinbringen, weil sonst vergesst man das halt, wenn man die nicht einplant. Das sind Dinge, aber ich gewöhne mir gerade an und das fällt mir wirklich, wirklich, wirklich schwer. Morgens, 6.30 Uhr, weckergedengelt, kein Snooze-Button, direkt aufstehen. Echt? Ja, es geht nicht. Also es ist für mich quasi, jeder, der das kann, fünfmal hintereinander, ist ein Alien aus meiner Sicht. Das ist einfach nicht menschlich. Das wissen wir ja beide. Das wissen wir ja beide. Nein, also es ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit, wie jemand jeden Morgen 6.30 Uhr warm steht auf, egal was den Tag davor war. Echt? Und es ist so schwierig für mich, ja, weil ich da so eine Nachteule bin. Ich merke aber immer, wenn ich zu früh aufstehe, dann mache ich hier draußen die Terrassentür auf, ja, dann höre ich da kommt das spanische Leben durch. Zero, ich erzähle. Ich habe gerade immer den Gedanken gemacht. Christoph, im November ist das echt schön. im November, weißt du, November, Dezember, da ist es schön. Dann mache ich die Terrassentür auf, oh, die 20 Grad, dann hole ich mir noch ein Baguette. Es ist, der Baguette duft von der Panaderie nebenan. Nein, und dann merkst du so, alle schlafen noch, du bist aber schon auf, ich versuche dann, ich kombiniere das dann auch mit Meditation, versuche zu meditieren, da schlafe ich dann aber meistens bei allen. Ich brücke dann das schlafen noch ein. Das war nicht so schlau. Aber was ich dann mache, ist tatsächlich, und keiner der Kinder wurde wach, also ich musste mich da so raus, sneaken, wie früher bei Splinter Cell, damit da keiner wach wird. Ist wirklich so. Und wenn ich das geschafft habe, dann plane ich meistens schon so in der Ruhe, einen Kaffee, und dann plane ich schon mal meinen Tag. dann kann ich so kommen, was ich will. Das ist meine Angebote. Aber es schließt sich natürlich eigentlich aus, früh aufstehen und Nachtäule, weil so ein bisschen Schlaf brauchst du ja schon. Absolut, das würde dich ja dazu zwingen, abends halt früh ins Bett zu gehen. Und ich, jetzt pass auf, das ist ja der Hack, jetzt kommt der Hack, mit dem ich mich quasi dazu zwingen will auch, früh ins Bett zu gehen. Ach nee, ich dachte jetzt, meine Hack sind, als Spanier mache ich halt einfach Siesta, alle frutzlang. Machst du kein Mittag Schlaf? Ernstgementte Frage. Nee. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Du, ich bin mittags nicht zu Hause. Ich arbeite mittags. Soll ich mich in der Schule hinlegen oder was? Im Kraftraum. Aber ja, wir haben doch um zwei Uhr Schluss, alle. 12.30 Uhr. Wir waren schon bei der Wahl. 12.30 Uhr. Ich bin der Meinung, wir sollten immer ganz von vorne anfangen. Das wird jetzt schon ein bisschen... Nee, das ist die lockere Folge. Alles gut. Ich mache tatsächlich, ich habe mir das angewöhnt, ich mache jeden Mittag Siesta. Ich weiß, das habe ich ja gesagt. So, aber was ist jetzt der Hack, der dich dazu bringt, dass du früh ins Bett bist? Der Hack ist, wenn ich jeden Morgen um 6.30 Uhr aufstehe und da gehe ich aber jede Nacht erst um 1, 2 Uhr ins Bett, dann wirst du spätestens am vierten Tag merken, uh, ich bin jetzt aber ganz schön müde von so um 10, halb 11, Ja, du nicht, du bist ja wie gesagt Alien und brauchst nur vier Stunden Schlaf und zockst ja noch Diablo 3, anstatt mal eine Stunde früher ins Bett zu gehen. Vier. Vier, Entschuldigung. Ja, auf der Playstation 5. Ja, aber mache ich tatsächlich seit über einem Monat nicht mehr. Aber ja, okay, weiter. Über einen Monat, vielleicht deine Gewohnheit dann. Und dann sagst du dir irgendwann, uh, ich bin jetzt aber wirklich müde und dann schläfst du halt auch ein und dann kommst du auf den Sie und machst schon einen Schlaf. That's me. Schön. Also für jemanden, der, dieser Alienist, der immer aufsteht, mein absoluter Hack, aber das ist natürlich für dich schwierig, weil du wirst dich nicht, du bist ja kein so ein Apple Watch Fan. Also mein absoluter Game Changer in diesem Modus war, ich habe ja irgendwann mal, erkennt es mich ja, wenn ich was, also meine Gewohnheit ist ja das Lesen. Das habe ich mir ja wirklich angewohnt, angewöhnt und das ist das, okay, das Lesen. Und ich war schon immer jemand, der, nee, nee, überhaupt nicht, aber ich will einfach lesen, ich nehme mir Zeit zum Lesen. Achso, ja. Also wirklich intensiv, das habe ich irgendwann mal eine Weide gemacht, um dann, und dann wieder so ein bisschen abgeflaut, aber jetzt bin ich wieder voll drin und finde das super, einfach Dinge lesen, es sind immer Sachbücher, es ist nichts billiges. Ist auch cool, du hast absolut recht, ich denke gerade drüber nach, ich müsste ja auch wieder regelmäßiger machen. Du bist ja gut, warum ich damit angefangen habe, ursprünglich. Ich weiß, aber ich bin gerade in der Phase, in der ich sage, vor allem soll ich dann noch lesen. Aber wenn es auch nur die ein, zwei, drei Seiten sind, da ist eigentlich immer was dabei, was dir in irgendeiner Form... Ja, und eine Sache, ich war schon immer ein bisschen Frühaufsteher-mäßig unterwegs, ja, aber dann habe ich den 5 Uhr Club gelesen und dann habe ich ja fast, oh, ein Jahr lang das durchgezogen mit 5 Uhr aufstehen und deshalb kann ich deinen Punkt absolut verstehen, du hast so viel Zeit früh gemacht, du hast schon so viel gemacht, Sport gelesen und dann habe ich das noch gemacht, etc. Das war so geil und dann ist die Familie wach geworden und Essen habe ich dann schon gemacht und mein Game Changer war, also ich, das mache ich jetzt nicht mehr, ich stehe immer so, also ich habe, meine Uhr weckt mich, aber anhand meines Schlafrhythmus, der erkennt halt die Phasen, auch aufgrund von meinem Puls und wie ich mich bewege, erkennt er und hat dann so ein halb, dreiviertelstündiges Fenster, wo er mich weckt und weckt mich immer in einer Phase, wo ich wach bin, also da Phasenbeutel. Und das deshalb, bei mir vibriert es am Handgelenk, ich stehe auf, fertig. Aber sag mir mal, wenn du den 5 Uhr M-Club gelesen hast, das ist ja so ein Klassiker, den habe ich irgendwie nie gelesen, wahrscheinlich aus Gründen, es steht da auch, wie ist die Strategie für Nachtäulen? Also es ist ja, jetzt bin ich kein Biologe, da hatte ich immer eine 5, aber sind ja nicht ehrlich, aber es ist ja, meine ich, erwiesen, dass es diese zwei Typen Mensch gibt, mit ihrem natürlichen Rhythmus, und das eine sind halt die Nachtäulen, das andere sind die, weiß ich nicht, wie sie heißt. Irgendwann mit Tag, aber ich, aber ich, also eigentlich, ich hatte es vor kurzem gehört, ist das eigentlich totaler, also Bullshit, 99,9% der Menschen sind einfach Menschen und schlafen nachts und können früh morgens aufstehen, das ist einfach nur eine Gewohnheitssache. Außer du, die 0,1%. Nein, nein, aber ich bin ja auch jemand, der einfach früh aufsteht, es geht ja ums Frühaufstehen. Also klar, es gibt Menschen, die so ein bisschen, aber eigentlich in Summe sind die meisten einfach, okay, die Nacht ist dafür da, zum Schlafen und zu erholen, und du brauchst diese Dings und so krass ist das gar nicht in so Rhythmen einteilbar, also in diese Kategorien einteilbar. Aber egal, also da ist jetzt nicht der Hack drin, die sagen einfach nur, die Vorteile, du stehst früh morgens auf und du hast halt schon alles gemacht. Also 5 Uhr ist halt einfach eine Uhrzeit, wo du denn 3 Stunden schon mehr auf der Uhr hast und getan hast, als alle anderen. Und das zwingt dich denn schon, also ich bin denn schon früher ins Bett gegangen. Ja klar. Aber das war cool, das war auch eine Gewohnheit, aber die habe ich jetzt, weil ich dann auch gemerkt habe, okay, so ganz ist das mit meinem Biorhythmus nicht ganz vereinbar. Dann ist das so ein bisschen mehr und jetzt, das ist für mich ideal. Also bei mir klingelt es wie ein Sex. Ja. Ich wollte sagen, wie ich mich nochmal rette und das fällt mir wirklich schwer, ich habe ja immer mindestens ein Kind noch bei mir im Bett liegen, die dann morgens noch so kuschelt und dann, ja, und dann stehst du, und dann wachst du morgens auf und dann denkst du, oh, aufstehen oder noch kurz hier. den Moment genießen. Oh, der Superdädie ist okay. Ich als schlechter Vater rieche das Kind zur Seite und stehe auf und mache aber für alles Frühstück. Sorry, Schatz, 5WM-Club. Sorry, sorry, Schatz, 5WM-Club. Ich muss jetzt, Papa muss jetzt Sport machen. Papa macht den Sport, aber Papa macht dann auch hier Frühstück für alle und da ist die Brotbox schon fertig. Und natürlich, wenn Leni das Brötchen aufklappen würde, wäre da jedes Mal ein Herz oder eine Comicfigur drin. Ja. Und ein kurzes Essay von dir. Ja, natürlich. So was Philosophisches. Ja, natürlich. Ich kriege immer ein Aristoteles-Zitat. Aber was du heute geschrieben hast, war das ein Zitat von Aristoteles? Nee, Schatz, war von mir. Ich bin echt gespannt, ob irgendjemand bis hierhin gehört hat. Ja, das kannst du in den Statistiken dann sehen. Was geht es heute nochmal? Naja, den Punkt kriege ich schon noch. Aber ich finde so eine Sache, wenn es um Gewohnheiten geht und vielleicht das einfach nochmal als Heck, für alle, die sich Gewohnheiten angewöhnen wollen. Also eine Sache wirklich früher schon ist für mich wirklich, finde ich mega. Ich finde es super. Das ist wirklich, du stehst auf, bei mir ist immer so zwischen 5, 45, 6 oder so, je nachdem, was ich da so zu tun habe. Und ich mache meinen Kram da. Und dann setze ich mich aber hin, also ich mache den hier Familienkram fertig und dann setze ich mich aber hin und lese und schreibe immer so ein bisschen digitales Tagebuch und bereite mich auf den Tag vor. Das mache ich auf jeden Fall. Das ist schon immer. Also ich habe so ein stoisches Tagebuch, da habe ich 1800 Tage am Stück schon. Das ist meine Ansage. Und da kommt das Gaming-Kind in mir durch. Den Streak darf ich nicht verlieren, weil das 1800 Tage ist meine Ansage. Also da tut es denen weh. Was für ein Level bist du? Level Gott. Gott-Mode. Gott-Mode anlagt. Ich wollte gerade eigentlich noch was Interessantes. Also auf jeden Fall, was ich immer mache bei irgendwelchen Gewohnheiten, die ich mir probiere anzuwöhnen, niemals zweimal hintereinander skippen. So wie Sport. Niemals zweimal hintereinander. Und ich glaube, das ist so eine erste leichte Hürde. Das ist auch so dieser Standard-Tipp. Das erinnert mich gerade. Das erinnert mich gerade. Und da müssen wir eine Kurve kriegen. Das hat gerade was für mich getriggert. Ja, das ist okay. Ich erinnere mich an Erfolgen. Das ist aber alles schon länger her, als wir am Ende immer noch mal so ein Resümee hatten mit so vier, fünf, sechs Takeaways, die man schnell umsetzen kann. Das hat man auch schon lange nicht. Dann hat man immer so, was man machen kann. Aber das haben wir immer. Wir haben immer die Takeaways. Auch heute. Heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kommt noch Strategien zur Verbesserung der Work-Life-Balance. Oh, stimmt. Bis zum Schluss. Also, man muss ja bis zum Ende hören oder jetzt spulen, weil wir haben ja immerhin noch Timelines unten drin immer jedes Mal. Also den Part nennen wir ja einfach Ferienmodus. Einleitung. Intro. 20 Minuten. Viel gut, viel gut Intro. Viel gut Intro. Viel gelacht, viel Spaß gehabt. Also wie wir sind. Ja, sehr gut. Aber was ist denn für dich Work-Life-Balance? Wie findest du den Begriff? Ist ja der Trennung zwischen Leben und Arbeit. Ich verhalte nichts davon. Ich auch nicht. Warum findest du das kacke? Ich halte nichts davon. Super, dass wir den Begriff beide doof finden und der so Work-Life. Ich finde den super. Ich finde den super. Ich finde den super. Lass uns ein Streit-Bespräch machen. Work-Life-Balance. Das finde ich super. Nee, ich habe vor kurzem auch jetzt eine Folge dazu gemacht und habe da auch lang drüber nachgedacht und Work-Life-Balance, wenn du das sagst, dann heißt es ja klar, Work-Life-Balance, Work-Life-Blending, Work-Life-Romance, bla bla bla. Ich kann damit nichts anfangen. Ich habe oft versucht, mich irgendwie da, Work-Life-Balance finden, mich damit zu stressen und habe aber festgestellt, als selbstständiger Unternehmer gibt es diese Trennung nicht von Work-Life. Es ist nicht so, dass du um fünf nach Hause gehst und denkst ja und dann, ja, so, work vorbei, jetzt beginnt Life, weil du ständig über Arbeit, Business, irgendwelche Sachen nachdenkst. Oder vielleicht bin auch nur ich es, aber ich kenne es von vielen selbstständigen Unternehmern, die genau das auch sagen. Das kommt irgendwie immer mit und dann geht es halt darum, da die Balance zu finden, dass du damit cool umgehen kannst und dass es dich eben nicht stresst, weil du sagst so, ey, das ist halt mein Leben, was ich mir halt ausgesucht habe. Oder es stresst dich. Und ich komme damit ganz gut klar, aber ich denke immer drüber nach. Von daher gibt es für mich diese, also Work-Life-Balance klingt auch so nach Trennung und das irgendwie in Balance zu kriegen und das gibt es nicht. Und das gibt mir ja auch die Freiheit zu sagen, ich mache abends noch mal eine Stunde, bin dafür aber heute Mittag zwei Stunden am Pool. Oder mache ich das mit den Kids oder gebe einen Spielplatz. Mach eine Siesta. Ja, klar. Vier Stunden Siesta, ey. Machen wir eine Siesta. Ja. Genau. Und von daher Work-Life, jetzt bin ich seit drei Tagen mehr oder weniger krank, liege aber auch nicht nur hier. Was wahrscheinlich schlauer wäre, mich auszukurieren, drei Tage und nichts zu machen. Vielleicht würde es leichter fallen, wenn ich angestellt wäre irgendwo. Aber ist halt nicht. Und es gibt auch keinen, den ich da blamen kann oder auch mache, sondern suche ich mir aus. Von daher finde ich den Work-Life-Balance, dass ich versuche das so zu vereinfachen und auf mich übst du so einen Druck aus, dass man da was in Balance bringen muss, was für viele vielleicht gar nicht in Balance zu bringen ist, weil es ist fein. Also ich bin das eh nicht. Für mich ist es eher so eine Life-Balance, weil irgendwie mein Job bestimmt mein Leben und mein Leben bestimmt mein Job. Also ganz viele Dinge, das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, auf tolle, großartige Ideen. Und du machst den Job ja auch. Ich liebe ihn. Das ist mal vorausgesetzt. Also wenn du deinen Job hast und dein Leben, genau. Genau, das ist glaube ich das Entscheidende. Jetzt sprechen hier zwei Menschen, die sagen ja cool, alles fein und halt das klar, das hatten wir ja letzte Folge, schwafft über. Und ja, hatten wir ja schon ein paar Mal Dinge, die ich lese, gucke oder hier aus dem Talk, oh cool, das könnte ich ja mal im Kollegium so unterbringen. Also es ist irgendwie immer alles verschwimmend. Diese Trennschärfe brauche ich deshalb nicht. Das ist für mich auch so, das könnt ihr auch nicht. Ich habe auch ständig Ideen im Kopf, Schule oder jetzt hier die Sachen, dass das so immer alles da ist und dass ich gar nicht das schaffe. Wobei, was ich aber sehr gut schaffe, sobald ich den Laden verlasse, also ich habe, letzte Woche hatte ich echt auch so, echt sehr interessante und intensive Gespräche gehabt, ja, wo du wirklich denkst, oh, das ist schon mal jetzt, ja, ja, also es war schon, es war schon sehr intensiv, wo ich dachte, okay, das ist auch mit Eltern und Kindern und so, wo du denkst, oh, alter Scheiter, das ist nicht so cool. Aber sobald ich im Auto sitze und fahre, nehme ich das nicht, also ich nehme nichts mit nach Hause. Also gedanklich, also belastende Sachen. Das ist eher so, ah, da ist nochmal eine Idee oder das hier oder, wow, können wir das machen? Deshalb ist es so, da brauche ich das nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ganz viele, die diese Trennschärfe wollen, weil sie, gerade im Lehrerjob, ich denke, Angestellten genauso, sie haben so diese Arbeit, die sie vor Ort machen und sie möchten partout nicht, dass das ins Privatleben diffundiert wird. Ich glaube, das ist als Lehrer unmöglich, weil du hast den Schulkram, wo du Kindern was beibringst vor Ort und bloß Schulentwicklung machst, bloß anderen Kram und dann sind aber Vorbereitungen, Korrekturen sind immer zu Hause. Und da ist dann so, also ich kenne super viele Kolleginnen, wo bei denen sonntags immer Vorbereitungszeit ist. Die haben keinen Sonntag. Die sitzen immer da und korrigieren. Scheiße. Und machen. Oder zum Beispiel, wenn du Abitur hast, musst du ja zu einem bestimmten Zeitpunkt die Arbeiten fertig haben, bis Tag X. Das sind eigentlich im Abitur die Osterferien, keine Osterferien, weil da korrigierst du nur. Also eine Abiturklausur zu korrigieren, ist schon mal ein bisschen mehr Aufwand als die fünfte Klasse Erdkunde-Lernkontrolle. So was. Also das ist schon, ich glaube, da ist total schwer die Trennschärfe. Das kann ich mir vorstellen, wir werden sicherlich hier heute, ein paar Sachen für euch mitgeben, ja, versprochen, die nicht noch zuhören, dass man das, glaube ich, schon ein bisschen hinbekommt. Aber ich glaube, das ist so der Punkt. Und ich könnte mir vorstellen, dass du das in einem Business-Kontext, wenn du nicht, so wie du, der Selbstständige bist, das vielleicht dahin bekommst. Weil wie oft mussten deine Mitarbeiter Dinge mit nach Hause nehmen? War das so? Also die, die die angestellt hattet? Wenn die den Laden verlassen haben, war der Feierabend. Ja. Wobei, ich glaube, je nachdem, wie groß deine Berufsethos, Pathos ist, nimmst du da, also ich habe auch als Angestellter die Sachen mit nach Hause genommen. Weil das hat wahrscheinlich sowas mit meinem eigenen, ich glaube nicht, dass das gesund war, aber das hat auch sowas mit dem eigenen Anspruch zu tun. Ich habe immer super viel noch zu Hause gemacht. Ja, weil du so ein Projekt unterwegs warst, oder? Genau, genau. Und die Problematik ist, irgendwann wird das ja zum Normalzustand, dann ist das ja eine normale Baseline, dass du die Sache mit nach Hause nimmst und dann wird es halt problematisch. Aber normalerweise, glaube ich, ist es gut, wenn du sagen kannst, hey, Work is Work und wenn ich meine Arbeit mag und mache mir zu Hause noch Gedanken darüber oder ich bin gerne Designer, dann liegst du auch mal abends noch ein Designbuch oder guckst dir was an. Einfach, weil du es geil findest, auch im Privaten. Von daher, ich glaube auch da wird zu dieser harte Work-Life-Balancer nicht geben. Aber wenn du dann, ich glaube, es steht und fällt wirklich viel damit, ja, wie so deine Einstellung zu deiner Arbeit Arbeitsstelle ist und wenn du halt sagst, so bock mich irgendwie nicht, dann wirst du diese Work-Life-Balance für dich stark verteidigen wollen. Und ganz streng genommen ist es aus meiner Sicht auch in Ordnung. Also es gibt ja immer so Diskussionen über, wenn jemand sagt, so ey, in meinem Tätigkeitsbereich, in meinem Arbeitsvertrag steht X, Y und Z und um 5 ist Feierabend, ich habe zu Hause Kinder, dann ist das ein Punkt. Ja. Ob ich das geil finde oder nicht, aber das ist ein Punkt. Und dem darf man dann noch da keinen Nachteil, also kein Strick draus drehen. Und ich glaube, das ist auch unfassbar jobabhängig. Also die Krankenschwester oder Krankenpfleger oder Altenpfleger, also der nimmt vielleicht, der nimmt alle Sachen mit nach Hause, weil sie sich Überstunden gemacht oder den Patienten, wie kann ich den vielleicht noch besser unterstützen. Ja. Aber dieses dieses Hinein-Diffundieren in den Alltag zu Hause, die Arbeit ist, glaube ich, dann schon noch sehr, sehr stark jobabhängig. Klar. Gedanklich musst du das schon irgendwie hinbekommen. Und hast du als Chef dazu beigetragen, dass so, ja, dass so diese ständige Erreichbarkeit ist, glaube ich, so eine Herausforderung, gerade im Lehrerjob, wo halt immer wieder der Punkt ist, okay, wir müssen, du bist per Mail erreichbar, Telefonnummer die wenigsten Kollegen für Schüler. Ja. Aber wir überlegen jetzt zum Beispiel, ja, dadurch, dass wir ja sehr differenzierte Schüler Mails-Server abstellen. Ja, genau. Wir machen ja viele Firmen. Echt? Die stellen den Mails-Server ab einem gewissen, also ab 18 Uhr, 19 Uhr gehen keine Mails mehr raus. Das macht jetzt der Landesdienst nicht. und muss auch nicht. Ja, aber ist eine, ist eine Möglichkeit, ist eine Möglichkeit. Ja, aber das finde ich dann so, also da habe ich keinen Bock drauf, mich vormunden zu lassen von meinem E-Mail-Programm. Ich bin eigentlich ein erwachsener Mensch und ich muss, also, nur weil ich um 22 Uhr die E-Mail schreibe, finde ich keinen, sie um 23 Uhr zu beantworten. Das stimmt, wenn das vorher absolut, aber du hast, du warst noch in deiner Frage. Nee, jetzt können wir, jetzt hast du mich unterbrochen. Jetzt bin ich, so läuft es auch nicht. Ich glaube, wenn vorher klar ist, dass zum Beispiel, ich bin auch jemand, der abends mal noch E-Mails dann abarbeitet und wenn vorher klar ist, so ey, ich erwarte nicht von dir, dass du nach 17 Uhr deine E-Mails guckst, also wenn du eine Mail von mir um 22 Uhr oder sonst was bekommst, wenn es nicht eh schon klar ist, dann erwarte ich nicht von dir, dass du mir darauf antwortest, sondern immer erst next day sozusagen. Das ist das eine. Und bei uns war auch klar, dass Feierabend ist Feierabend, ich rufe da auch nicht an und wenn ich anrufe, wenn ich wirklich anrufe, das kam wirklich nicht oft vor, dann war es irgendwas wirklich Wichtiges und Dringendes. Also das war, da hat es irgendwo gebrannt. Ja. Aber ansonsten habe ich nie angerufen im Feierabend und das ist auch vorher klar kommuniziert. Feierabend ist Feierabend. Nee, das mache ich auch nicht, aber, also wenn wir wirklich als die erste Herausforderung, die wir jetzt gerade so ein bisschen herausarbeiten, was so zu Work-Life-Balance-Problemen führt, ist halt diese ständige Erreichbarkeit auf der einen Seite. Da würde ich jetzt manchmal schon sicherlich zu beitragen. Also ich bin natürlich auch sehr schnell greifbar für meine Kollegen über diverse Möglichkeiten mit mir per E-Mail oder per Handy zu kommunizieren. Aber ich nutze es auch manchmal, weil ich manche Sachen will. Ich bin ja, ich gehöre jetzt zu den Menschen, die alles schnell einfach abgearbeitet haben möchten. Ja. Zu 99 Prozent funktioniert das super, nur manche Sachen. erst letztens kam eine Abfrage und dann dachte ich, boah, echt jetzt, so eine Abfrage wollt ihr jetzt von mir haben? Na okay, dann mache ich sie jetzt schnell. Wo Freitag ist, langsam ist es so, Gamification kommt bei mir da durch. Okay, ich will die Schule sein, die als erstes antwortet. Ich will die. So, dann habe ich das gemacht, dann musste ich das Sekretariat, also es hat nicht drei, zwei Stunden, einfach nur eine Exit-Tabelle, wo die so viele Sachen wollten mit Abfrage, so eine klassische Abfrage halt, ja. Wo du denkst, oh, okay. Ach. So, dann kommt die, schicke ich das weg kommt eine halbe Stunde später in der Nachricht. Ja, sorry, ist mir ein Fehler unterlaufen. Der E-Mail-Verteilter war der falsche, die Aufgabe sollte nur an bestimmte Schulen gehen. Okay, danke. Danke für drei Stunden Arbeit für die Katze. Aber ich habe es wieder positiv, sehr super, ich meine Übersicht, die Übersicht war nicht so schlecht bei den Sachen, Alter, Alter. Aber auf jeden Fall, wir waren bei ständiger Verfügbarkeit und ich glaube, das ist sowieso allgemein ein Problem, weil du halt ständig über das Handy erreichbar bist und wir wollen jetzt überlegen jetzt gerade, ob wir den nächsten Step gehen, weil wir haben so zwei Kommunikationswege, aber bestimmte Eltern und Kinder erreichst du halt nur über, ich sage jetzt mal WhatsApp, aber wir dürfen zum Beispiel, ist verboten, dass wir mit Kindern logischerweise über WhatsApp zu kommunizieren als Lehrer oder auch Eltern, aber du erreichst, bestimmte Eltern erreichst du nicht über eine E-Mail. Es ist einfach so. Also überlegen wir, okay, gibt es Messenger-Dienste über Schulen, wo wir sagen, oh, das ist schon ganz cool, die dann auch noch automatisch deine Sachen in unterschiedliche Sprachen übersetzen, auch super, aber dann hast du ja noch ein Tool, wo du ständig erreichbar bist. Du hast zwar den Vorteil, dass du in die Kommunikation gehst bei manchen Sachen, ja, Schule wird geschlossen oder so, wegen Wind, ja, keine Ahnung, und, aber das ist jetzt auch so, da bin ich noch erreichbarer. Und ich, also ich könnte mich da schwer von befreien, ich könnte, ich kenne einige Kollegen, die sagen, okay, ich stelle dir ein, dass das Ding nicht klingelt und das läuft ja alles auf den privaten Handys der Kollegen, als ob wir Diensthandys hätten. So etwas gibt es ja gar nicht. Weißt du, also das ist so, das ist halt echt schwierig. Aber dann, jetzt, jetzt mal bei dem konkreten Beispiel, also klar, WhatsApp geht irgendwie einfacher und hier in Spanien geht sowieso alles über WhatsApp, aber, wenn es keine Diensthandys gibt, dann würde ich sagen, pass mal auf, alles Wichtige geht via Mail und dann, wir haben ja Dienst, iPads, darüber könntest du den Messenger ja laufen lassen. Ja, aber trotzdem mit den Eltern gegenüber zu sagen, die offizielle Kommunikation läuft über E-Mail, Punkt, aus Grund. Ja, das stimmt, aber wenn du bestimmte Eltern einfach 0,0 aus bestimmten Bildungsschichten einfach 0 erreichst. Aber ist das eine Hohl- oder eine Bringschuld? Jetzt mal hart. Ja, aber da bin ich ja im Ethos der Kollege und sage, ich möchte, also ich möchte diesen Kindern, da brauche ich die Eltern, das sind die Kinder, die auch wirklich zur Schule kommen sollten und denen wir Sachen geben müssen und die sollten diesen Ausflug mitmachen und da erreichst du sie über manche Messenger-Dienste leichter und du willst diese Kinder eben nicht verlieren. Okay, das ist so. Aber dann würde ich die Ausnahme machen und nicht noch einen Kommunikationskanal auf. Aber WhatsApp ist ja verboten, per Erlass, das darfst du nicht machen, fertig aus, da gibt es ja gar keine Diskussion. Also dafür gibt es ja Kommunikation, sondern könnte man natürlich den machen. Also brauchst du einen offiziellen Kommunikationskanal für Eltern, Kinder, die sich nicht an den offiziellen Kommunikationskanal halten wollen? Nee, es geht nicht ums Heil. Du bist Devils Advokat gerade, das ist ja okay, das ist ja gut. Ja, aber du erreichst halt manche Eltern erreichst du einfach nicht anders. Und das ist aber wichtig, dass du sie erreichst. Aber dann kriegst du dir auch nicht, wenn du sagst, guck mal, es gibt jetzt eine neue App, funktioniert genau wie WhatsApp heißt. Doch, das kriegst du ja 100 pro. Also wir haben ja mit Schulen kommuniziert, die das haben und gesagt, ja, du hast eine viel höhere Resonanz, weil die Hemmschwelle viel leichter ist. Plus, wenn es dann auch noch automatisch übersetzt in 70 Sprachen, das ist natürlich schon ein Pfund. Dann einfach einführen, jeder, der sich stumm schaltet, schaltet stumm. Das ist ein gewisses Zeitpunkt. Was war sonst, also was, glaube ich, noch eine Herausforderung ist, die so Work-Life-Balance natürlich schon sehr stark beeinflusst, ist so Erwartungshaltung von Eltern bei uns, die natürlich auch wirklich sagen, ey, ich möchte zu meinen, dass ihr Erziehungsaufgaben übernehmt, also das würden sie nie kommunizieren, aber es hat exorbitant zugenommen, dass ich erzieherische Maßnahmen sehr stark in Schule umsetze. Da gibt es so ein nettes Video, also ein Video, so ein Comic, wo früher das Kind ist nach Hause gekommen, hat eine schlechte Note bekommen und dann siehst du dieses Bild von oben herab, die Eltern schimpfen, warum hast du schlechte Note und jetzt ist das 2024 umgedreht, warum hat mein Kind eine schlechte Note oder so. Das ist das gleiche Message, aber halt der Empfänger der Nachricht ist ein anderer geworden. Und ich glaube, das hat sich auf jeden Fall geändert und ich glaube, das ist eine große Herausforderung, sich da auch abzugrenzen, weil natürlich auch hier wieder es zwingt euch auch Leute, es zwingt euch keiner um 23 Uhr in die Mails reinzugucken, solltet ihr vielleicht nicht machen, weil da könnt ihr halt auch immer mal auch eine echt knackige E-Mail von Eltern, Schülern, vom Schulleiter schlummern, ja, eher selten vom Schulleiter, aber ich glaube, das ist auch nochmal so ein Ding. Wie ist das bei euch gewesen mit Erwartungshaltung von Kunden, die gesagt haben, ja, wir möchten aber schon ganz gerne das um 23 Uhr, hätte ich gerne noch das Projekt auf den Tisch. Nee, gab's nicht. In der Firma oder auch als du angestellt warst? Auch als Angestellter, das gab's nicht. Und das ist ja auch ein super Hack, den du gerade auch beschrieben hast, generell abends halt keine E-Mails mehr lesen, weil meistens kann man nichts mehr klären, ist so, du kannst es noch zurückschreiben, damit du es selber wegrast, aber du nimmst es halt mit ins Bett und schläfst schlecht. Also danach passiert ja selten was und das gab's bei uns nicht und wir hatten es ja noch viel schwieriger in Anführungszeichen, wir hatten ja eine Vier-Tage-Woche, also freitags gab's keine Arbeit und das zum Start zu verteidigen, war, ja, also freitags wurde nicht gearbeitet und das zum Start zu verteidigen, ja, aber bei uns ist der, bei uns ist der Abstimmungs-Call immer freitags. Ja, sorry, aber freitags arbeiten wir nicht, können wir einen anderen Tag finden. Das war manchmal unangenehm, aber im Grunde genommen kann ich hier immer alles reden und es lässt sich immer alles klären, also selbst in der wilden Beratungswelt, in der wilden Projektwelt. Ja, krass. Ja. Das ist lösbar. Also Erwartungshaltung, da hatten wir doch auch schon mal eine Folge dazu gemacht, ist ja einfach die zu klären. Mh. Ja, du musst halt einfach abklären. Ja, einfach, dass jeder klar, dass für jeden klar ist, okay, was darf ich erwarten, was kann ich erwarten und dann nicht so enttäuscht zu sein, wenn Dinge halt nicht eintreten. Aber das ist, das merke ich bei mir beim Anfangszitat, ich will mir ganz hart angewöhnen, was echt schwerfällt, also ich liebe meine, meine, meine Apple Watch und hasse sie auch, weil sie mir ständig eine Push-Benachrichtigung für irgendwelchen Schrott schickt. Und ich muss mich dann immer dazu zwingen und das kriege ich noch nicht hin, das ist echt noch eine schlechte Gewohnheit, wo ich denke, wenn jemand was Wichtiges von mir wirklich möchte, was wirklich wichtig ist, dann ruft er mich an und schreibt mir keine WhatsApp, aber trotzdem bin ich so jemand, ich kriege eine WhatsApp. Ich kenne keinen, der so oft auf seine Apple Watch guckt. Voll ätzend, nervt mich selber, nervt mich selber total. Das ist wirklich schlimm und ich auch. Das ist so ein Signature-Jabot von dir, ja, im Grunde genommen immer so. Zum Glück habe ich sie nicht um heute, jetzt gerade. Die lädt für die Nacht, dass ich geweckt werde. Genau. Nein, aber das ist wirklich so, wo ich denke, boah, das kann doch nicht sein, weil, wie oft mich das auch aus Gesprächen manchmal rausnimmt. Ja, ich weiß, ich könnte auch einen Fokus einstellen und so, ja. Aber es ist eher so der Punkt, ich muss mir angewöhnen, diese ständige Verfügbarkeit, muss ich da sein. Ich muss nicht bin Millisekunden auf eine WhatsApp reagieren, weil sonst würden die Menschen mich anrufen. Ja. Ja. Aber es ist leichter gesagt als getan. Ich frage mich immer, was das mit dir macht, wenn du mir auch so was schreibst oder der Podcast ist fertig und ich dann einen Tag nicht darauf antworte. Ja, oder Thumbnail tatsächlich nicht schnell genug hochgeladen ist. Oder Thumbnail nicht schnell genug, wenn ich so, das gibst du nicht, das habe ich dir schon gestern geschrieben. Immer noch kein blauer Haken da. Jetzt hat er gelesen, jetzt hat er gelesen, noch keine Antwort. Macht er es jetzt oder nicht? Könnt ihr einfach schreiben, hab es gelesen, ich mache es jetzt. Macht er nicht, schreibt nichts. Ja. Ja, da kommt schon mein innerer Monk durch und das ist schon... Ich will ja auch ein bisschen in mich gekehrt sein, das ist dann schon eine harte Herausforderung. Ich habe... Ich habe... Manchmal... Manchmal... Ah, nee, lass zu mir. Machst du das auch mit Absicht? Nein. Nein, nein, nein. Nein, radikal ehrlich, war schon der richtige Idee. Nein, so hart bin ich nicht, aber... Das ist schon okay. Was haben wir Herausforderungen im Alltag? Ja, ja, wir haben noch... Immer mehr Zusatzaufgaben. Jetzt kannst du endlich wieder die Homepage bringen. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Punkt. also jedenfalls in unserem Job ist ja nicht nur Unterrichten, Unterricht vor, Nachbereiten etc., sondern es ist halt zwei Millionen Zusatzaufgaben. Wer wartet die iPads in den Ferien? Was? Wer wartet die iPads jetzt in den Ferien? Ach nee, das macht jetzt jemand anderes, ne? Nee, das passiert alles jetzt vor den Ferien. Die sieben Stunden. Ja, 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 ja. Also da... So ehrlich bin ich schon... Also sechs Wochen am Stück hat kein Lehrer. Also jedenfalls... Also der Normallehrer hat keine sechs Wochen am Stück, aber er hat schon vier Wochen am Stück kann er schon auf jeden Fall... Aber schon so fünfeinhalb. Wenn ich es richtig auf die Spitze treibe, ja, fünfeinhalb. Also ich schaffe es, ich kann es nicht, aber wenn ich wirklich... Also auch da das gönne ich den Kollegen, ja, aber sechs Wochen am Stück hat eigentlich keiner. Also bei mir in der Schule schafft es, und ich habe das schon runter reduziert für die Kollegen, aber sechs Wochen am Stück schafft keiner, kann keiner schaffen. Ja, ja, klar. Aber egal, aber auf jeden Fall, ich glaube, dieses Zudat... Das ist echt ein Thema. Das ist echt schwierig. Klar. Weil es halt immer mehr wird und die Sachen nimmst du mit und musst du dann halt in deiner Freizeit machen. Ja. Ja. Absolut. Wollen wir mal zu den... Wollen wir mal zu den Strategien gehen? Zu den Verbesserungen? Wie wir es hinbekommen? Jetzt haben wir so viel rumgelästert, ja. Für mich, wir wirken... Guck mal, wir haben hier noch Zeit, einen Podcast zu machen, also irgendwie müssen wir in der Work-Life-Balance... Also, Life-Balance... Irgendwie ist es langweilig. Der eine hat eine Firma, aber eigentlich hat er nicht eine Firma, sondern macht auch noch nebenbei YouTube und der andere ist Schulleiter und macht natürlich im Rahmen, wie er es darf, macht er noch was. Jetzt kommen die Kinder auch noch, ja. Das ist richtig super. Genau, die Kinder, die Kinder hast du vergessen, wollte ich sagen. Ja, Kinder, ah ja, 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 stimmt. Hobby hast du auch noch. Der eine lässt sich mit einer Apple-Watch-Knechten, den Ring zu schließen. Vielleicht haben die das bei Herr der Ringe gemeint, einen Ring sie zu knechten und der war es eigentlich die Apple-Watch, die nicht zu knechten. Aber auf jeden Fall, ich glaube, uns kann man abkaufen, dass wir Work-Life oder Life-Balance, nennen wir es Life-Balance bei uns, ziemlich gut hinbekommen. Und bei mir ist tatsächlich, und jetzt kommt wieder dieses Strukturierte, bei mir sind feste Arbeitszeiten. Ich habe ganz klar in meinem Kalender, wenn ich da aufmache, weil ich dann so manche Videos drehe, wo ich meinen Kalender zeige, muss ich mal vorher gucken, okay, Sport, okay, den blauen Haken muss ich mal kurz rausnehmen aus dem Video, weil dann da steht, neun Uhr ist der im Kraftraum. Okay. Also mein bester Freund ist einfach mein Kalender. Der ist, der bestimmt meinen Alltag. Da steht drin, jetzt machst du Sport, da steht jetzt nicht drin, da habe ich essen sollen, das kriege ich schon so noch hin, aber da steht drin, jetzt das Meeting, denn das, dann ist da Projektphase, also Time-Blocking betreibe ich exorbitant von Tag zu Tag, Dinge in Blöcke schieben, Arbeitszeiten schieben, die relativ lang sind und durch eine gut gepflegte To-Do-Liste, wo wir ja beide schon, mal was zugemacht haben, das ist eigentlich das Geheimnis, so simpel. Also wie bei uns für mich, strukturieren am frühen Morgen hier, weil du halt ein bisschen früher aufstehst als 8 Uhr als alle anderen, wobei die meisten, kein Mensch steht um 8 Uhr erst auf, aber egal, und dann hinsetzen und gucken, ich stehe um 10 Uhr auf. Nachteule. Aber hast du, komm, wir machen heute so richtig hier nebenbei, jetzt mal ohne Mist, an alle, die hier oft zuhören, als junger Mensch hört man doch, wie haben wir das hinbekommen, bis 11 Uhr zu pennen? Weiß ich nicht, ich habe in meiner Jugendzeit bis um 2 Uhr mittags gepennt, da bin ich aufgestanden, habe zwei Croissants gegessen, habe mich wieder hingelegt, so ungefähr. Aber jetzt mal ohne Mist, selbst wenn die Zeit da ist, jetzt sagen wir mal, Kinder und Eisgüß, die werden ja auch älter, wird ja einfacher, jetzt kriege ich überhaupt nicht hin. Da ist so, 8.30 Uhr ist das neue 11 Uhr. Das stimmt, also so 8.30 Uhr, 9 Uhr, das ist so das höchste der Gefühle. Genau, und dann ist das so, dann tut dir auch der Rücken weh, weil der endlich aufsteht. Das stimmt. Zwei alte Welsen, Männer unterhalten, das ist ja super. Das stimmt. Oder? Ja. Also da, Ja, ist so. Also, Time-Blocking wäre mein Geheimnis. Du bist aber auch jemand, ich glaube, du bist aber wirklich jemand, der das sehr, sehr diszipliniert, sehr straight durchzieht. Ja. Bist du absolut. Ich kriege das überwiegend gut hin, würde ich jetzt mal behaupten, und es gibt immer wieder Phasen, wo es mal besser, mal schlechter läuft. Ich glaube überhaupt, eine Art, in Anführungszeichen, System zu haben, Time-Blocking, einen Kalender zu benutzen, ist, glaube ich, schon mal sehr, sehr viel wert, sich überhaupt mal Gedanken darüber zu machen. Was will ich denn morgen, diese Woche, geschafft bekommen? Was glaube ich, wie lange ich dafür brauche, um mir dann auch nicht den ganzen Tag zu planen, weil immer unvorhergesehene Sachen reinkommen, passieren? Das ist schon ein Game-Changer. Und das sind im Grunde simple Dinge. Das sind im Grunde simple Dinge. Time-Blocking, Arbeitszeiten setzen. Aber da bist du schon noch ein bisschen krasser. Du bist ja schon noch mehr mit diesen Zielorientierungen, also ich bin eher so, Projekt, das ist mein Projekt, hat so Unterziele und du bist aber jemand, okay, das ist mein Projekt und was ist denn das absolut große Endziel? Also du bist immer vom Hintenherdenken. Also bei dir steht immer erst das große Ziel, da will ich hin und was sind die Wege dahin? Ja klar. Bei mir ist es eher so, okay, das ist so, genau, ich bin eher so, ich gucke mir das Projekt an und dann gucke ich, was sind Steps? Also ich gehe den Weg darüber zum Ziel und du hast das große Ziel und guckst dann und ich gehe vorwärts. Das ist eigentlich ganz witzig, mir ist schon ein paar Mal aufgefallen. Ja, ja? Echt? Also ich setze mich jetzt nicht früh morgens hin und sage, was ist das Ziel für heute, sondern eher so, das muss ich erledigen. Aber weil ich natürlich aber auch, meine To-Do-Liste ist halt so, schon so lange am Start, dass mir immer wieder Sachen automatisch reinfliegen, wo ich weiß, ah, stimmt, das steht jetzt wieder in drei Wochen an. Also ich weiß es nicht, aber jetzt zum Beispiel im Dezember habe ich einen Vortrag in Mannheim und da ist jetzt schon, steht schon fest, das und das musst du machen und dann ploppt das immer zu bestimmten Zeiten aus. Also brauche ich mich darum nicht zu kümmern. Und du wärst so jemand, das ist das große Ziel und jetzt sind die einzelnen Schritte dahin, weißt du? Ich bin da irgendwie gefühlt anderem. Am Ende kommen wir gleich ein Ziel an, aber es ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Ja, aber ich glaube damit, denke ich schon super, super viel ab. Ja, ich glaube dann, dass ich gerade auch eine Strategie ist, mit Sicherheit vieles einfach nicht so ernst zu nehmen, wie es ist und ich glaube, viele der Probleme und Dinge, über die man sich dann heute ärgert, Fuzzeln, die sind dann in der Rückschau, also ich glaube, irgendwann habe ich immer so eine Frage gelesen, ist das Problem oder die Herausforderung, was du jetzt gerade hast oder was dir im schlimmsten Fall schlechte Laune eine schlaflose Nacht bereitet, jetzt von heute in dem Jahr betrachtet? Ja, ist das dann wirklich so groß und dann musst du meistens feststellen, so, ja, nee. Ja, das ist eine extrem gute Frage, um sich bestimmte Sachen immer mal wieder zu sagen, ist das in einem Jahr oder in fünf Jahren noch von relevant? Hat das nicht? Ja, genau. Und das bricht auf die Kernfragen so ein bisschen runter. Aber du hast vorhin schon so ein bisschen gemacht, wenn wir jetzt so bei Strategien sind, also wir haben jetzt hier so ein bisschen Zeitmanagement, aber für mich ist es tatsächlich, Entschuldigung, ist es meditieren. Ich hätte es nicht gedacht, du hast mich ja auch das noch, regelmäßig? Ja, vor allem immer nach dem Sport auf diesen, ich nenne es immer Nagelbrett, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, also ich kenne nur die Marke, aber du kennst, weißt du, diese Noppen-Dinger, wo du dich auflegst auf dem Rücken und erst wenn du denkst, ach, jetzt tut das weh und darauf meditiere ich immer, das ist mega. Echt? Ja, super. Habe ich so eine begleitete Meditation, das mache ich ja. Geil. Und das, ich hatte es zum Anfang probiert, das mit dem Meditieren frühmorgens, heillos immer eingeschlafen, also auf keinen Fall. Also mache ich noch, ja. Also auch da ist aber eher nicht in zwei Tagen hintereinander skippen. Ja. Weil das ist eine gute Regel, dieses never two times in a row, so liest es immer, das finde ich eine super Regel. Ja, das ist auch, also Leute, probiert es mal meditieren aus. Das ist wirklich, das ist richtig gut. Und dann ist so zum Runterkommen sind es bei mir tatsächlich so, ich plane Freizeitaktivitäten richtig aktiv rein. Das Sporteln ist natürlich mit Töchterchensachen wird bei dir ähnlich sein, ja. Ja. Das finde ich eigentlich super. Und, was ich natürlich merke, das wirst du, das ist für dich jetzt gerade schwierig, früher sicherlich einfach, delegieren. Delegieren ist schon, Ja, delegieren ist geil. Wenn du es gut machst, ja. Das ist, das ist schon ein ganz schöner Game Changer, wenn du manche Sachen einfach sagen kannst, nee. Also, ich habe mich da lange schwer getan, ähm, auch mein Sekretariat bei bestimmten Sachen, aber zum Beispiel die Woche habe ich gesagt, okay, ich unterschreibe, du antwortest bitte. Okay, ich mache das, und dann machst du das bitte. Und hier ist das und das, hier ist die volle, mach du das bitte. Und das war, es hat sich erstmal echt schlecht angefühlt, weil es sind immer Dinge, die ich sonst immer gemacht habe. Ja, klar. Nicht hinbekommen. Loslassen. Und das war dann so, so vollkommen entspannt. Das ist nach fünf Minuten erledigt gewesen, auch mal besser, als ich das gemacht hätte. Und dann war so, okay. Äh, Christoph, das ist mein Job? Ja, okay, trotzdem. Fühlt sich nicht so an, weil so, ich bin halt nicht so dieser, ich bin ja der Chef, mach mal bitte. Ja. Hat aber auch nichts damit zu tun, aber ich weiß nicht, was du meinst. Ja. Aber es fühlt sich trotzdem irgendwie immer so, wie sehe ich, es fühlt sich komisch an. Aber delegieren ist ja auch. Du hast ja auch Aufgaben, genau. Aber, was machst du denn, also, kann jeder delegieren? Ja, warum denn nicht? Echt? Als kleinster Mitarbeiter, wie willst du denn, also, ich überlege gerade, obwohl, doch, selbst als Lehrkraft kann ich an meine Schüler delegieren, bei bestimmten Aufgaben. Die Frage ist nur, ob die Leute delegieren können. Du kannst ja auch, es geht ja auch um Delegieren, du denk mal, Delegieren, im Sinne von auch automatisieren. Dass du dir irgendwelche digitalen Tools, Self-Alliance oder sonst was nimmst. Die wiederkehrende Aufgaben, für die du manchmal einfach lange da sitzt, die du dann automatisierst, ein Tool für benutzt, Chat-CPT, was weiß ich was, um da der mehr freie Raum zu schaffen. Kannst du auch machen. Ja, das stimmt. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, der so ein bisschen eine Strategie ist. Wie sieht es mit Erwartungshaltung aus? Wie geht es denn damit um bei dir? Dass man die eigene Erwartung, jetzt müsstet ihr alle den Video-Podcast anmachen. Schwierig. Wir hatten vorher drüber gesprochen, aber das, wie ist das für dich, so Erwartungshaltung? Also ich bin ja da ganz klar hart, Pareto 18-20, alles gut. Ja, ist schön für mich. Ich bin ja verkappter Perfektionist, wie du weißt und das ist definitiv eine negative Eigenschaft. Nicht zwangsläufig, aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ja, aber Better Done Than Perfect ist, glaube ich, manchmal die bessere Herangehensweise. Ich bin da super schlecht in diesem Erwartungshaltungsmanagement, vor allem mir selbst gegenüber. Also auch in der Planungsgeschichte und es ist jetzt nicht so, dass ich es nicht erkennen könnte anhand von Mustern, dann leide ich mir oft zu viel ein und denke mir immer so, klar kriege ich das heute noch hin und das auch noch und das auch noch. Und ärgere mich dann, warum da noch zwei Sachen übrig sind am Ende des Tages und so Geschichten und mache mich im schlimmsten Fall selbstfertig dafür. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, sich selbst keine übertriebenen Erwartungen zu setzen beziehungsweise eine realistische Erwartungshaltung an sich selbst zu haben und die aber auch gegenüber anderen zu kommunizieren. Also das, was du eben auch hattest mit Eltern oder in dieser Dreieckskommunikation, die ihr oft in der Schule habt, dass einfach auch für andere klar ist, okay, was kann ich denn von dir, was darf ich denn von dir erwarten? Heute, generell, morgen, übermorgen. Aber heißt das nicht auch, dass ich auch lernen muss, Nein zu sagen? Klar. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also bei solchen Sachen, also ich glaube, wenn ein absoluter Hack ist, mit einer besseren Work-Life-Balance oder Life-Balance auszukommen, ist auch immer zu sagen, nee. Also von einer Weile hatte ich das mal, wo ich einer Sache zugesagt habe, und dann gedacht habe, ey, warum mache ich das denn? Das frisst so viel Zeit und ich habe so null Bock drauf. Ja. Und ich bin ja eher so, ja, weil aus allem Ja ergibt sich ja auch eine Möglichkeit und da habe ich mir gedacht, oh ey, das frisst gerade so viel Zeit, so viel Energie und ich sage, für nichts, für gar nichts am Ende. Das heißt nicht, dass ich nur opportunistisch handele, ja, überhaupt nicht, aber es ist, nee, ich hätte in der Zeit so viel andere Sachen machen können, die mich und alle anderen weitergebracht haben oder hätten. Es gibt doch so ein, zwei, es gibt doch so, ich hoffe, das ist jetzt nicht so abgetroschen, aber ein Nein ist ja auch immer ein Ja dir selbst gegenüber und dann gibt es auch diesen Punkt, if it's not a hell yeah, then it's a no. Auch das ist eine Gewohnheit, die ich gerade so. Und das ist auch, ich mache das ganz oft auch, was ich für Sachen gemacht habe, ja, super schlecht im Nein sagen. So was ich auch schon Ja gesagt habe, auch Sachen mich gar nicht gucken. Zu dem hier, zu dem hast du Ja gesagt. Zum Beispiel. Ich habe keinen Bock dran. Ey, jedes Mal die Stunde. Wir sind jetzt auch nicht so dicke, das ist ja auch alles, ne. Nein, aber einfach, wo du Sachen Ja gesagt hast. Gut. Ja. Also nachher zum Schluss. Stimmt. Wie war das noch mit dem, wenn du mein Geld für was bekommst. Du warst beim Nein fangen. Jetzt bin ich raus. Jetzt bin ich raus. Jetzt habe ich den Faden verloren. Nein sagen ist wichtig. Nein sagen ist wichtig. Ja. Und ich glaube auch, if it's not a hell yeah, then it's a no. Ich glaube, das ist wirklich. Und das, ja, in manchen Sachen merke ich, habe ich auch einfach Bock drauf und dann sage ich lieber mal Ja, aber in manchen Sachen habe ich für mich gesagt, okay, hier ziehe ich eine Grenze ab sofort. So im Sinne von, okay, dann, nee. Also manche Sachen kann ich auch nicht. Also ich kriege, was ich ganz oft bekomme, ist so Kooperationsanfragen, die aber, wo ich schon raus sehe, habe ich keinen Bock auf Kooperationssachen, weil ich ja weiterhin vollkommen frei von manchen Sachen sein will. Aber da liest man auch ganz oft, echt, da kommt Arbeit auf dich zu. Und da denke ich mir, nee, 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 das ist mir meine Freizeit zu schade für. Ja, im Endeffekt. Ja, klar. Sache der Prioritäten dann am Ende auch. Wir haben uns vorgenommen, heute als Ferienfolge richtig fast zu sein. Ich habe keine Ahnung, es wird immer nicht angezeigt, wie lange, aber wenn ich mir die Uhrzeit angucke, könnte das gut drin sein. Knapp eine Stunde. Ja. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen euch eine richtig entspannte Ferien. Macht ein paar Popobomben in den Pool für uns mit rein. Lasst es krachen. Wir hören uns am Ende der Ferien wieder. Jetzt verraten wir euch nicht, welche. Das diskutieren wir gleich mal aus. Das diskutieren wir gleich mal aus. Wie war das mit uns? Das ist not der Herr hier. Und für alle, die es schaffen, wirklich fünf Wochen Sommerferien am Stil zu machen, die müssen uns eine Fünf-Sterne-Bewertung geben bei Spotify und Co. Nee, auch die, die vier Wochen haben. Die geben uns mindestens vier Sterne. Nee, die müssen auch fünf. Die müssen auch fünf, weil die meisten, die hier zuhören, sind großartige Merkwerte. Und alle, die ein, zwei Wochen nur haben, ein, zwei, das wird denen gar nicht passieren. Ja, nee, Daumen runter. Genau. Mit der letzten Folge haben wir wirklich viele Follower verloren. Aber was eine Interaktion nach unten. Oh, schön. Guck mal, Dünni hat keiner bis zum Ende gehört. Keiner. Sonst wären die ja immer bis zum Ende. Wir haben ja so 50 Prozent, die bis zum Ende sind. Tatsächlich, also die Durchhörquote ist extrem gut. Aber in der Folge haben wir sie alle verloren. Vielleicht sollten wir wieder ein bisschen nach zehn Minuten. nach dem Intro wartet ja schon nicht mal mit einem Zitat gleich. Nee, ganz ehrlich. Gut, das Ende, hervorragend. Dünni, wir hören und sehen uns in, ja, fünf Wochen. Bis dann. Kommen jetzt die Memojis? Da kommen sie. Sehr schön. ich wollte eigentlich, nee, wir wollen irgendwie hier so. Ach, schön Feuerwerk. jetzt rüberschalten. Bis dann. Ciao. Ciao. Luftballons. Oh, Tschüss.